Im Kindergarten ist es schön, denn da kann man ganz doll spielen. Ja, im Kindergarten ist es schön, denn da kann man ganz doll spielen. Ganz doll spielen. Ich weiß nicht mehr, die Tone aus, aber wir werden sehen. Auf alle Fälle etwas tiefer. Etwas tiefer, sagt sie. Sehr, sehr tief. Also sehr, ein bisschen tief. Ich geh in die Bauecke. Mit meinem Dinosaurier. Mit Freunden und Feinden. Zusammen, Bauecke. Ich geh in die Bauecke. Mit meinem Dinosaurier. Mit Freunden und Feinden. Im Kindergarten ist es schön, denn da kann man ganz doll spielen. Ja, im Kindergarten ist es schön, denn da kann man ganz doll spielen. Ganz doll spielen. Wir gehen in die Kuschelhäcke. Hier bei euch, ne? Und zählen mir ein Buch an. Und mache eine Pause. Okay? Nochmal. Ja, der Schaufelsag ist eigentlich in der IG-Gruppe. Aber wir sind ja jetzt in der Blumengruppe, ne? Ich habe eine ganz schöne E-Mail gekriegt. Also sozusagen ein Strom-Post. Und da habe ich erzählt, als ich heute zu euch komme, da hat die mir in dieser Strom-Post, in dieser E-Mail, ganz einen Zaun gemacht. Und dahinter waren ein Haufen Blumen. Und hat mir sozusagen damit gesagt, viel Spaß in der Blumengruppe. Und in der Blumengruppe ist kein Schaukelsack, sondern Ich gehe in die Kuschelhäcke und sehe mir ein Buch an und mache eine Pause. Zusammen. Ich gehe in die Kuschelhäcke und sehe mir ein Buch an und mache eine Pause. Wo man 4, ist das richtig, denn im Kindergarten ist das schönste. Von dem Kindergarten ist das schönste. Und dem Kindergarten ist das schönste. Ur explicar ist das awhilest. Wir gehen in die Turnhalle und machen dort Sportspiele zu sechs. Oder auch ganz viele, wir gehen in die Turnhalle und machen dort Sportspiele zu sechs. Oder auch ganz viele, im Kindergarten ist es schön, denn da kann man ganz neu spielen. Da hab ich ganz andere Freunde als zu Hause, oder? Im Kindergarten ist es schön, denn da kann man ganz toll spielen. Ganz toll spielen. Wow!